Recherche meiner Familiengeschichte und die Nachbarn meines Großvaters bzw. deren Nachfahren haben mir von ihren Erfahrungen während des Dritten Reichs erzählt und somit bin ich auf diese Geschichte gestoßen. Bekommen wir etwas davon zu hören? Natürlich. Das Titelbild meines Buches zeigt den Ort der tragischen Geschichte, ein kleines Dorf namens Nowaruda, das im Flachland Westpolens liegt und von den Getreidefeldern und Wiesen umgeben ist. Dieses kleine Dorf, einst Neurode genannt, gehört zum Hauptort Mocheln und liegt ca. 15 km nordwestlich von Bytgoszcz, dem ehemaligen Bromberg. Hier lebten bis 1945 Deutsche und Polen zusammen. Kapitel 1 Als ich 1910 den Geburtsort meiner Mutter im ehemaligen Westpreußen aufsuchte, hatte ich keine Ahnung von der Tragödie, die sich dort Jahre nach ihrem Wegzug aus dem Landkreis Bromberg-Bitgoszcz 1940 unter den Augen ihrer Familie abspielte, ohne Spuren im Familiengedächtnis zu hinterlassen. Man liest zu, dass das eigene Wissen um ein Kapitalverbrechen, nämlich Mord an einem polnischen Nachbarn, auf einen kleinen Teil der Familie beschränkt, an die nächste Generation nicht weitergegeben und beim Versuch der öffentlichen Aufarbeitung Jahrzehnte später vor einem bundesdeutschen Gericht heruntergespielt wurde. Zwar gab es in meiner Familie kein Wissen um den Tathergang, aber doch über manche Hintergründe. Bei den Nachfahren der betroffenen polnischen Familie dagegen sind die tragischen Ereignisse während der deutschen Besatzung heute noch präsent. Sie berichteten mir von den Großeltern, die im Landkreis Bromberg nach der polnischen Staatsgründung einen Bauernhof erwarben, den sie Ende der 20er Jahre ihrem ältesten Sohn übertrugen. Er bewirtschaftete den elterlichen Hof bis zum Oktober 1939 selbstständig, dem Zeitpunkt, von dem er wie andere polnische Höfe auch einem deutschen Treuhänder überstellt wurde. Der Versuch des jungen Bauern, im Sommer 1940 die Rückgabe des Hofes vom Treuhänder und den deutschen Behörden zu erwirken, schlug fehl. Er wurde zusammen mit seiner Frau, dem Treuhänder, als Zwangsarbeiter auf seinem eigenen Hof zugeteilt. Streitigkeiten mit dem Treuhänder blieben nicht aus, sondern eskalierten schließlich zu einer tätlichen Auseinandersetzung, nach der sich der polnische Jungbauer zunächst versteckte, dann aber durch ortsansässige Nazis festgenommen und einem ausgestreuten Gerücht zufolge auf der Flucht erschossen und begraben worden sei. Über die näheren Umstände des Verbrechens und die Grabstädte erfuhren sie nichts. Die polnischen Dorfbewohner mutmaßten, der Ermordete sei ein Opfer des Treuhänders geworden, zumal dieser nicht lange nach der Tat mit unbekanntem Ziel aus dem Ort verschwand. Der Vater des ermordeten polnischen Jungbauern erlag noch in derselben, in demselben Jahr einem Herzinfarkt. Eine einfühlsamere Aussage wäre, er starb an gebrochenem Herzen. Die junge Ehefrau gebar im selben Zeitraum Zwillinge, die sofort nach der Geburt starben. Damit war ein ganzer Familienzweig ausgelöscht. Die junge Witwe wurde an die polnisch-sowjetische Grenze deportiert, wo sie bis zum Kriegsende Zwangsarbeit leistete. Die Mutter und der jüngere Bruder des Ermordeten überlebten Krieg, Zwangsarbeit und deutsche Besatzung und meldeten danach den Mord den polnischen Strafverfolgungsbehörden. Sechseinhalb Jahre nach dem Tod von Michaw Kosciuszek, wie der Ermordete hieß, meldete der illustrierte polnische Kurier in seiner Ausgabe vom Januar 1947, dass das Bezirksgericht von Bitgoszsch auf Akten der Gestapo gestoßen ist, die sich mit seinem Schicksal befassten. Danach verlor sich die Spur dieser Akten. Bei meinen ca. 65 Jahre später einsetzenden Nachforschungen wurde mir klar, dass die Wurzeln der Spannungen zwischen Deutschen und Polen im ehemaligen Westpreußen in der ungerechten preußischen Bodenpolitik zu finden sind, durch die die preußische Regierung ihre territorialen Ansprüche absichern wollte. Sie organisierte den Aufkauf von Land und begünstigte beim Verkauf deutsche Siedler, die sich verpflichten mussten, sich in deutschen Einkaufsgenossenschaften zu organisieren, ihre Höfe nur an deutsche zu verkaufen etc. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel Westpreußen an das wiedererstandene Polen, das seinerseits den Zuzug polnischer Bauern und deren Ansiedlung auf an den polnischen Staat gefallenes Land förderte. So erwarben die polnischen Nachbarn meines Großvaters ihren Hof nach dem Ersten Weltkrieg. Durch die starke Abwanderung der Deutschen aus Westpreußen ins Deutsche Reich gab es im neu gegründeten polnischen Staat nur noch eine deutsche Minderheit, die durch verschiedene Rechte geschützt war und sich durch Unterstützung des Deutschen Reiches und die protestantische Kirche von den polnischen Mitbürgern abgrenzte und eine Parallelgesellschaft entwickelte. Ein Großteil der deutschen Minderheit fühlte sich vom nationalsozialistischen Gedankengut deutscher Verbände und Parteien angesprochen, was den Polen nicht verborgen blieb. Die polnische Regierung versuchte vergeblich, diesen Einflüssen entgegenzuwirken. So entstand vielerorts ein gespanntes Verhältnis zwischen Deutschen und Polen, das sich infolge von Hitlers Expansionspolitik insbesondere ab 1938 verschärfte und bei Kriegsbeginn in zahlreiche Mordaktionen der deutschen Selbstschutzmiliz mündete. Auch in der Gemeinde meines Großvaters mussten die Polen mehrere Mordopfer durch die deutsche Miliz beklagen. Nachdem das deutsche Besatzungsregime installiert war, hoffte die polnische Bevölkerung, allerdings vergeblich, auf ein Ende des Terrors. Dieser wurde nun ausschließlich von Gestapo, Einsatzgruppen der SS und einem ausgedehnten Unterdrückungsapparat weitergeführt. Im Bereich der Wirtschaft nahm diese Unterdrückung verschiedene Formen an. In den Städten wurden Fabriken und Häuser für die Besatzer beschlagnahmt, die Polen in einfachere Behausungen am Stadtrand verdrängt. In der Landwirtschaft wurden zahlreiche Höfe beschlagnahmt und deutsche Landwirte als Treuhänder eingesetzt, die ihren Besitz beträchtlich erweitern konnten, insbesondere wenn sie sich den Nazi-Organisationen anschlossen. Wie erwähnt, wurde auch den polnischen Nachbarn meines Großvaters am 6. Oktober 1939 ein deutscher Treuhänder vor die Nase gesetzt. Dieser Treuhänder namens Emil Schwarz war ein Bruder des deutschen Landwirts, der den späteren Kosciuszek-Hof am Ende des Ersten Weltkriegs erwerben wollte, zu einem Zeitpunkt, als infolge der deutschen Niederlage Westpreußen an den polnischen Staat fiel, der den fraglichen Hof dann an die polnische Familie Kosciuszek verkaufte. Spannungen zwischen dem deutschen Treuhänder und dem polnischen Jungbauern waren damit vorprogrammiert. Die Demütigung, nun als Landarbeiter weitgehend unentgeltlich für den Deutschen arbeiten zu müssen, konnte Michaw Kosciuszek kaum ertragen. Hinzu kamen weitere Einschränkungen wie das Verbot, die polnische Sprache in der Öffentlichkeit zu gebrauchen, die das Gefühl der Fremdheit in der eigenen Heimat hervorrief und den Gedanken einer Abwanderung oder Flucht ins Generalgouvernement heranreifen ließ, wo er eventuell bezahlte Arbeit, zumal im beginnenden Winter zu finden hoffte, um seine Familie zu unterstützen. Es ist anzunehmen, dass ihn seine Frau begleitete, als er Ende des Jahres 1939, der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, ohne Genehmigung, die Freizügigkeit wurde schon am 3.10.1939 aufgehoben, seinen Heimatort Neurode-Mocheln verließ und sich ins Generalgouvernement durchschlug. Zurück blieben seine Eltern und sein jüngerer Bruder, der vom Arbeitsamt dem unmittelbar benachbarten Landwirt, meinem Onkel, einem Verwandten des Treuhänders Emil Schwarz, als Arbeitskraft zugeteilt wurde. Das Arbeitsamt vertiefte die Spaltung der Dorfgemeinschaft in begünstigte Herrenmenschen und ausgebeutete Untermenschen. Für Polen bestand Arbeitspflicht, die vom Arbeitsamt als Herrschaftsinstrument zugewiesen und von der Polizei überwacht werden konnte. Wo Polen gegen Lohn arbeiteten und nicht nur gegen Kost und eventuell noch eine Notunterkunft, wie es im landwirtschaftlichen Sektor dort überwiegend der Fall war, erhielten sie 30 Prozent weniger als deutsche Arbeitskräfte. Begünstigt wurde die deutsche Bevölkerung. Sie konnte die Zuweisung polnischer Arbeitskräfte beantragen. So konnten auch Angehörige der Mittel- und unteren Mittelschicht Bedienstete einstellen, die sie sich weder in preußischer noch in polnischer Zeit hätten leisten können und die ihren Status aufwerteten. Auf dem Lande hatte praktisch jede Bauern- und Handwerkerfamilie ein polnisches Dienstmädchen und oder eine beziehungsweise mehrere männliche Arbeitskräfte. Schon Jugendliche hatten hier kräftig anzupacken, ihre Ausbildungs- oder Berufswünsche hatten in Himmlers Plänen keinen Platz. Als sich Michaf Koschuszek im ersten Halbjahr 1940 zur Rückkehr vom Generalgouvernement in sein Heimatdorf Neurode-Mocheln entschloss, war hier die politische Atmosphäre immer noch stark aufgeheizt, was ein Vorfall aus diesem Zeitraum zeigt, der sich auf dem Nachbargrundstück seines Hofes abspielte. Außer seinem jüngeren Bruder war hier der polnische Student Tadeusz, dessen Nachname unbekannt ist, meinem Onkel als Landarbeiter vom Arbeitsamt zugewiesen worden. Eines Tages versammelt sich eine Horde von Nazis vor dem Haus und brüllte, »Tadeusz, rauskommen!« Die Tante verbot dem jungen Polen, sich draußen blicken zu lassen und versteckte ihn, bis die pöbelnde Meute aufgab und sich zurückzog. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt, doch zeigt sich hier, dass die Nazis weiterhin Gelegenheiten suchen, ihre Macht zu demonstrieren und die polnische Seite einzuschüchtern. Für sie muss es erstaunlich und provozierend zugleich gewesen sein, dass Michaw Kosciuszek Ende Juni 1940 in sein Heimatdorf Neurode zurückkehrte und Ansprüche auf sein Eigentum erhob. Wie wir aus einer Aussage des für ihn zuständigen Amtskommissars Hammler wissen, kam er, ohne eine behördliche Genehmigung, das heißt einen Passierschein vorweisen zu können, aus dem Generalgouvernement zurück, betrat Hammlers Amtszimmer am 25. oder 26. Juni und forderte die Freigabe seiner Wirtschaft, die von dem Treuhänder Schwarz verwaltet wurde. Als Begründung für seine Rückkehr und Forderung gab er die Auskunft eines Offiziers im Generalgouvernement an, der ihm dazu geraten habe, weil er der Überzeugung war, er, Kosciuszek, bekomme die Wirtschaft frei. Nachdem Hammler Kosciuszeks Ansinnen zurückgewiesen und die Rückgabe abgelehnt hat, äußert Kosciuszek die Absicht, um die Freigabe zu kämpfen. Außer Hammler versucht Kosciuszek den Bürgermeister von Mocheln und ebenso vergeblich die Gendarmerie von seinen Rechtsansprüchen zu überzeugen. Schließlich bemüht sich Kosciuszek beim Arbeitsamt um Arbeitsgenehmigung auf seinem Hof. So werden er wie auch seine Frau dem Treuhänder Schwarz als Arbeiten. Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Sibylle Eberhardt, der Mordfaul Kosciuszek im Brennpunkt der deutsch-polnischen Beziehungen. Wir hören jetzt den zweiten Teil von Sibylle Eberhardt. Niemand von den Überlebenden der Familie Kosciuszek konnte sich vorstellen, dass der Mord an Micha ein gerichtliches Nachspiel hatte, das zwar nicht ihre Interessen verfolgte, aber doch Licht in das nebulöse Verbrechen brachte und kurz nach dem Mord seinen Anfang nahm. Wie der Staatsanwalt Kenntnis von der Bluttat bekam, wissen wir nicht. Doch ist zu vermuten, dass der von der Ortspolizei dürftig informierte Landrat ihm den Fall meldete. Aus der Vernehmung des Treuhänders Emil Schwarz mag der Staatsanwalt geschlossen haben, dass die Verhaftung von Michaf Kosciuszek an der Justiz vorbei durch den Bürgermeister von Mocheln erfolgte und Schwarz an dem weiteren Geschehen nicht beteiligt war. Infolgedessen versuchte der Staatsanwalt sich durch die Vernehmung des Bürgermeisters, des Ortspolizisten und weiterer Zeugen, nicht jedoch der polnischen Angehörigen, ein Bild von dem Geschehen zu verschaffen. Die Widersprüche und Falschaussagen, in die sich der Bürgermeister bei der Befragung verwickelte, näherten den Verdacht des Staatsanwalts, dass der Ortsvorsteher zusammen mit seinen Helfern aus dem Umfeld der aufgelösten Selbstschutzmiliz den Fall des aufsässigen Polen selbst lösen wollte, ohne Einbeziehung der Ortspolizei und dass die Tat anschließend vertuscht werden sollte. Ob der Staatsanwalt bereits zu diesem Zeitpunkt erkannte, dass die Unterstützer des Bürgermeisters, die selbst Treuhänder waren, ein Eigeninteresse an einer für ihre polnischen Untergebenen abschreckenden Bestrafung Koszuseks hatten, geht aus den Akten nicht eindeutig hervor. Die ihm vorgetragene Version des Tathergangs, dass Koszusek bei der Überstellung vom Mochelner Spritzenhaus zur Bromberger Kripo vom ihn begleitenden SS-Mann Schlag wegen Fluchtversuchs erschossen und im Wald begraben wurde, bedurfte einer Überprüfung. Daher ordnete der Staatsanwalt eine Exhumierung und anschließende Obduktion der Leiche an. Der Täterschlag, bis dahin auf freiem Fuß, führte die Beamten am 5.10. zur Grabstelle und war bei der Obduktion der bereits stark verwesten Leiche anwesend, an der keine Schussverletzungen erkennbar waren. Zur Überraschung des Staatsanwalts meldete ihm der SS-Oberführer am nächsten Tag einen weiteren Tatbeteiligten, der der Waffen-SS angehörte, weshalb er das Verfahren gegen die SS-Männer an das zuständige SS- und Polizeigericht in Danzig abzugeben habe. Diese Eröffnung hielt den Staatsanwalt jedoch nicht von einer Vernehmung Schlags ab, bei der er von den bislang unbekannten Hintermännern der Tat erfuhr. Nicht nur der Bürgermeister, sondern der Zellenleiter der NSDAP in Absprache mit deren Vorgesetztem, dem Amtskommissar und Amtsgruppenleiter in Personalunion, hatten das Eingreifen der Ortspolizei unterlaufen, um den Fall in Eigenregie zu lösen. Schlag hatte am Vormittag des 3.7. von einem SS-Kameraden gehört, dass deren Plan am Vortag gescheitert war. Der Zellenleiter hatte Schlagskameraden den Auftrag des Amtskommissars übermittelt, Koschuszek mit weiteren SS-Leuten aus dem Spritzenhaus zu holen, in den Wald zu führen und zu erschießen. Schlagskamerad sei die Sache aber zu heiß gewesen und er habe seine anfängliche Zusage zurückgenommen, sehr zum Missfallen des Amtskommissars. Daraufhin erklärte Schlag seinerseits dem Zellenleiter seine Bereitschaft, den Fall zu übernehmen und, Zitat, diesen Polen, den wir für einen Schädling hielten und der einen Deutschen überfallen hatte, zu beseitigen, Zitat Ende. Weiter erklärte Schlag dem Staatsanwalt, dass er geglaubt habe, keine Verantwortung für eine Tat tragen zu müssen, die, Zitat, durch den Befehl eines Hoheitsträgers der Bewegung gedeckt sei und er diesem zu gefallen sein wollte, um in die Partei aufgenommen zu werden. Zum Tatverlauf erklärte Schlag. Gegen 10 Uhr abends erschien verabredungsgemäß Kipp bei mir in der Wohnung. Wir gingen zusammen zum Spritzenhaus. Ich schloss auf und holte den Koschuszek heraus, der auf dem Boden saß und uns wie ein Tiger anstirrte. Ich band ihm die Hände mit einem Lederriemen auf den Rücken und forderte ihn auf, mitzukommen. Er weigerte sich und warf sich wiederholt auf den Boden, sodass wir ihn schleifen mussten. Auch schrie er wiederholt. Um dies zu verhindern, steckte ich ihm ein Taschentuch als Knebel in den Mund, das er aber wiederholt ausspuckte und dann erneut schrie, wobei er sich immer wieder zu Boden warf. Da uns das Schreien zu viel wurde, packte ich den Polen bei der Kehle und würgte ihn, wobei ich ihm die Kehle zudrückte. Ich kann die Hand einige Minuten an seinem Halse gehabt haben. Ursprünglich hatte ich nur vor, ihn zum Schweigen zu bringen, denn er sollte erst im Bild, und zwar durch Erschießen, getötet werden. Als ich aber merkte, dass sein körperlicher Widerstand immer schwächer wurde, sagte ich mir, totgehen soll er ja doch. Da kann es ja auch jetzt und auf diese Weise sein. Ich band dem leblos Erscheinenden dann den Lederriemen, mit dem ich ihm zunächst die Hände gefesselt hatte, um den Hals und schnürte fest zu, um zu verhindern, dass er noch mal zum Leben erwache. Dann nahmen wir beide den Körper auf, Kipp an den Schultern und ich an den Beinen, und trugen ihn in den Wald, zu der von mir schon vorher vorgesehenen Stelle, wohin ich bereits am Nachmittag einen Spaten geschafft hatte. Mit diesem Geständnis gelang dem Staatsanwalt nicht nur die Aufdeckung eines Mordes, sondern die Aufdeckung der Selbstjustiz durch untere Verwaltungsorgane, deren eigenmächtiges Handeln die zentralen Staatsorgane weit mehr beunruhigte als der brutale Mord an einem Polen. Die Brisanz dieser Ermittlungsergebnisse wurde vom Staatsanwalt unverzüglich in einem geheimen Schreiben an die nächsthöhere Instanz sowie an das Reichsjustizministerium weitergeleitet mit der erklärten Absicht, den Bürgermeister, Zellenleiter und Amtskommissar verhaften zu lassen und dem Hinweis auf die von der SS beanspruchte Zuständigkeit für die SS-Täter. Welches Gewicht die höheren Justizbehörden dem Fall beimessen, zeigt sich in der darauf folgenden Einschaltung der GAU-Ebene. Der GAU-Richter beauftragt den Bromberger Kreisleiter, für den nächsten Vormittag den Amtskommissar sowie den Zellenleiter vorzuladen, damit diese von einem Danziger Staatsanwalt, der zu diesem Zweck extra nach Bromberg beordert wird, festgenommen werden. Noch am 9.11. verfasst dieser Danziger Staatsanwalt einen Geheembericht über die Schwierigkeiten, die er bei der Erledigung seines Auftrags insbesondere von der Partei, aber auch von der SS bekam. Der Inhalt ist ein Lehrstück über den Machtkampf zwischen Partei und SS einerseits und der Justiz andererseits, sowie deren Demütigung und Degradierung zum feigen Blatt der Einparteiendiktatur. Der Danziger Staatsanwalt hält fest, dass er am 9.11. auftragsgemäß mit zwei Kriminalbeamten beim Bromberger Kreisleiter eingetroffen sei, um den Amtskommissar und den Zellenleiter dort festzunehmen. Der Kreisleiter habe die Festzunehmenden jedoch nicht wie vereinbart zu sich einbestellt, sondern den Gaurichter telefonisch informiert, aus politischen Gründen nicht an der Festnahme mitzuwirken. Er befürchte, so der Kreisleiter, dass eine solche zu Unruhen in der örtlichen Bevölkerung führen und das Vertrauen in die politische Führung erschüttern würde. Er habe mit den Beschuldigten bereits gesprochen, die unschuldig seien und nichts getan hätten, Zitat, als ein polnisches Schwein umzulegen, was politisch eine Notwendigkeit gewesen sei, Zitat Ende. Der Kreisleiter griff damit nicht nur in die Ermittlungsarbeit ein und missachtete die Anweisung des Gaurichters, sondern wies auch auf die Unentbehrlichkeit seiner politischen Untergebenen, nämlich des Amtskommissars in seiner Funktion als Ortsgruppenleiter sowie des Zellenleiters hin. Deshalb habe er auch darauf verzichtet, ihnen mit einem Scheck eine Fluchtmöglichkeit zu eröffnen. Diese offensichtliche Provokation und Missachtung der juristischen Autorität fand ihren Höhepunkt in der Drohung des Kreisleiters, eine Festnahme notfalls, Zitat, mit eigener Gewaltanwendung zu verhindern, Zitat Ende. Und er konkretisiert diese Option, er würde gegebenenfalls eine Versammlung der Bevölkerung einberufen und mit der aufgewiegelten Menge das Amtsgericht stürmen. In die folgende Justizschelte des Kreisleiters, die Staatsanwaltschaft handle politisch instinktlos und durchkreuze seine politischen Pläne böswillig, so der Bericht des Staatsanwalts, habe sich bestätigend der hinzukommende SS-Oberführer eingemischt und ebenfalls die Beschuldigten verteidigt, die sich, Zitat, nur ungeschickt verhalten hätten und nicht für ihre politisch richtige Tat büßen dürften, Zitat Ende. Der SS-Oberführer habe ergänzt, er werde sich dafür einsetzen, dass diese politischen Akteure, wie die beiden SS-Täter, der Sondergerichtsbarkeit der SS unterstellt werden müssten. Da werde ihnen nichts geschehen. Um seiner Auffassung Nachdruck zu verleihen, wies der SS-Oberführer noch auf Vorfälle in der Umgebung hin, wo wahllos herausgegriffene Polen auf Anordnung von SS-Führer Himmler zu Abschreckungszwecken erschossen worden seien. Der Danziger Staatsanwalt musste zwar im Augenblick von der Festnahme der Beschuldigten absehen, da sie nicht greifbar waren, ließ aber dann Haftbefehle gegen sie wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr ausstellen. Zwei Tage später wurden sie allerdings gemeinsam in einem Auto nach Danzig zur Vernehmung gebracht, wobei sie die Gelegenheit zur Absprache ihrer Aussagen selbstverständlich nutzten. Mittlerweile hatte sich der Danziger Staatsanwalt persönlich Instruktionen vom Reichsjustizministerium in Berlin für die bevorstehende Vernehmung der Beschuldigten in Danzig geholt. Amtskommissar und Zellenleiter modifizieren dort den Mordauftrag übereinstimmend zu Lasten von Schlag. Der Auftrag habe gelautet, Koschuszek zur Gendarmerie zu überführen, wobei jeder Widerstand zu brechen sei, selbst auf die Gefahr hin, dass der Pole dabei umgelegt werden müsste. Einen Erschießungsauftrag hätten sie nicht erteilt. Schlagsvorbereitungen einer Grabstelle im Wald Stunden vor dem tatsächlichen Mord lassen sich mit ihrer Version allerdings nicht erklären. Der Zellenleiter versucht, den Ermordeten in ein besonders negatives Licht zu rücken und charakterisiert ihn als rabiat und extrem deutschfeindlich, ohne seine Aussagen zu belegen. Vom Amtskommissar spricht er dagegen als einem tadellosen Menschen, der auf keinen Fall eine Strafe erleiden dürfe. Lieber nehme er die ganze Sache allein auf sich. Diese Haltung macht den Staatsanwalt stutzig, legt sie doch nahe, dass der Ortsgruppenleiter etwas gegen seinen Zellenleiter in der Hand hat und dieser ihm einen Gefallen schuldet. Allerdings wird dieser Aspekt nicht weiter verfolgt. Auch die Vernehmung des Bürgermeisters ergibt keine neuen Gesichtspunkte. Seine und des Zellenleiters persönliche Motive, sich am Komplott gegen Koschuszek zu beteiligen, ergeben sich aus deren Interesse als Treuhänder an der Niederhaltung der Polen sowie an der Förderung ihrer politischen Karriere. Die beiden Parteianwärter erwarteten wie Schlag eine baldige Vollmitgliedschaft in der NSDAP. Nach der Vernehmung sah die Staatsanwaltschaft keinen Grund mehr zur Vollstreckung der Haftbefehle und verzichtete auf die richterliche Vorführung der Betroffenen. Dieses Zurückweichen vor dem politischen Druck von Partei und SS spiegelte die Taktik des Reichsjustizministeriums wider, die am 14.04.1942 zur Niederschlagung, sprich Einstellung des Verfahrens führte und die Schwäche der Justiz in der nationalsozialistischen Diktatur veranschaulicht. Teil 3 1947 werden die Akten der Staatsanwaltschaft Bromberg in Bitgosch aufgefunden und der Warschauer Hauptkommission zur Untersuchung von NS-Verbrechen überstellt. Von dort gelangen sie in die Bundesrepublik zur zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg. Infolge der hohen Arbeitsbelastung werden die Vorermittlungen erst 1968 aufgenommen und die Tatbeteiligten konnten sich schon Hoffnungen machen, ungeschoren davon zu kommen, zumal die Verjährung der Nazimorde mit dem Ablauf des Jahres 1969 bereits abzusehen schien. Wer von den Tatbeteiligten oder Zeugen in der DDR lebte, war für die Ermittlungsbehörden nicht greifbar, so der Treuhänder Schwarz und der Bürgermeister. Der Haupttäterschlag, der SS-Oberführer und andere Zeugen waren bereits verstorben, die für die Ermittlungsbehörden noch erreichbaren ehemaligen Mochelner Bürger gaben fast alle an, nichts von der Tat oder dem Tathergang zu wissen. Ja, man äußerte gar Empörung und Unverständnis darüber, dass nach so langer Zeit überhaupt noch ein solches Verfahren eingeleitet wurde. Diese Einstellung wurde damals von vielen Bürgern in der Bundesrepublik geteilt. Schließlich konzentrierten sich die Ermittler auf die Hintermänner der Tat, zumal der Bundestag durch die Aufhebung der Verjährungsfrist für Mord den Zeitdruck von ihnen genommen hatte. Der ehemalige Zellenleiter, inzwischen 73 Jahre alt, von seinem Verteidiger entsprechend instruiert betonte, dass es nicht sein Wunsch und Wille war, dass Koschuszek der zivilen Gerichtsbarkeit entzogen wurde. Das war der Wunsch und Wille des Ortsgruppenleiters. Anders als bei seiner Vernehmung 1940 belastet er seinen damaligen Vorgesetzten schwer und bestätigt, dass dieser einflussreich genug war, dass unliebsame Polen, Zitat, von der Bildfläche verschwanden, Zitat Ende. Der ehemalige Amtskommissar hingegen stellt weiterhin einen Tötungsauftrag in Abrede und gibt vor, vom Zellenleiter und dem Mörderschlag missverstanden worden zu sein. Der ehemalige SS-Kamerad von Schlack, der vom SS-Oberführer 1940 als Mittäter in die Ermittlungen eingeführt worden war, leugnet, zur Tatzeit überhaupt vor Ort gewesen zu sein. Angeblich hielt er sich zur Tatzeit bei seiner SS-Einheit in Krakau auf, was nicht nachgeprüft wurde. Die Strafkammer, bestehend aus ehemaligen Militärrichtern, setzt am 30.09.1971 die wegen Mordes angeschuldigten Personen, den ehemaligen Amtskommissar, den ehemaligen Zellenleiter und den SS-Kameraden von Schlack außer Verfolgung und stellt die Ermittlungen, Zitat, wegen des Mangels an genügenden Beweisen ein. Zitat Ende. Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit der Mordfall Kososzek im Brennpunkt der polnischen, deutsch-polnischen Beziehungen von Sibylle Eberhard. Wer nur Teile mitbekommen hat oder sich weiter dafür interessiert, kann zum einen das Buch erwerben der Mordfall Kososzek im Brennpunkt der deutsch-polnischen Beziehungen. Wir befinden uns ja bei der Lesebühne. Oder am Freitag gibt es die Premiere im Theater in Rechparkhausen. Der Pole muss weg. Regie Jürgen Serfass. Sich das Stück dort um 20 Uhr anschauen. Am Samstag wird es wiederholt und am darauffolgenden Wochenende ebenfalls. Radio FIPS, die Lesebühne. Nächste Woche mit Eleonore Denert und Barbarossa weinte. In Memoriam der Kaiserin Beatrix von Burgund. Es wird also mal wieder, wie es sich für Göppingen gehört, Staufisch.